Janas beruflicher Alltag in ihrer Personalabteilung war voller Papierkram. Ihr Schreibtisch war häufig überfüllt mit Akten und ein- und ausgehenden Dokumenten. Ganz zu schweigen von den ständigen Ausflügen zu Aktenschränken und ins Archiv. Kurzum, Jana war frustriert. Doch damit ist jetzt Schluss. Mit der HR-Software von Haufe ist Jana in einer neuen digitalen Arbeitswelt. Personalakten und Dokumente managt sie jetzt digital und cloudbasiert. Mit ihren Kolleginnen und Kollegen nutzt sie gemeinsam eine digitale und sichere Ablage. Dokumente können zum Beispiel digital hin- und hergeschoben und eingefügt werden. Operative Aufgaben, die somit bisher viel Zeit verschlungen haben, sind nun in wenigen Klicks gemeistert. Außerdem hat Jana ihre Services für die Mitarbeiter verbessert. Denn Anträge und Anfragen werden bequem über ein Mitarbeiterportal gesteuert und bearbeitet. Das alles in einer Lösung. Immer verfügbar. Ob aus dem Homeoffice oder dem Büro. Dadurch hat Jana nun mehr Freiraum und Zeit für das Wichtigste. Die Mitarbeiter in ihrer Organisation. Haufe. Ihr erfahrener HR-Spezialist und Partner. Seit über 70 Jahren. Haufe. 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 Haufe.